bereit ist du mit ich muss erst mal mein fleisch und so fertig machen okay dreh dich mal ganz langsam nach rechts um ganz langsam du uns nichts wir kommen in frieden komm mal hermann wieso gehst du immer warum geht er immer weiß ich nicht wieso geht er immer ich glaube wir müssen angst zeigen und sind wir dem tode gewalt willst du sprechen mit uns irgendwie verfolgst du uns irgendwas willst du von uns hast du irgendeine aufgabe oder 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 warum geht er immer ich weiß nicht der markt ein zelt ich glaube er brennt es gleich ab er geht an deine kiste ich glaube er will was rausnehmen oder vielleicht tut er dir was rein ich weiß es nicht um er zu mir zu mir ich möchte mit ihm reden ich möchte wissen was er macht und warum er uns heute schon den ganzen tag verfolgt weißt du komm her komm zu ich weiß ich sehe ihn komm her zu dimitri ich möchte mit dir reden ich weiß dass du macht hast und ich weiß dass ich ein kleines licht gegen dich bin aber vielleicht können wir uns auf einer basis treffen und vielleicht miteinander kommunizieren ich weiß dass du mich mit einem mal mein licht aus meinen augen löschen kann ich weiß dass du das kannst also komm her und rede mit mir komm her ich habe allerhöchsten respekt vor dir und ich drehe sogar mein rücken vor dir weg ich gehe hinterher vielleicht möchte er uns ja was zeigen denkst du er will uns was zeigen ich meine schlimmsten fall gehen wir heute von der erde er brennt er hat gerade gebrannt er hat gebrannt jetzt naja ich weiß nicht was er damit sagen wollte aber komm ich gebe ihm ein Fleisch will er Fleisch ich weiß nicht vielleicht hat er Hunger ich weiß es nicht vielleicht möchte er ja einen Apfel haben ich glaube dass er einen Apfel will nein nein er hätte ich so einen Apfel dann komm zu mir ich glaube wir geben ihm irgendwas meinst du wenn ich ihm die Fackel schenke dann ist er friedlich möchtest du Schlanggift ich habe auch Schlanggift nein 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 ich glaube er ist weg er ist weg er ist weg ok ok naja es ist waaaaaah oh nein 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 was passiert was war das was war das war das eine Machtdemontation ich verbrenne ihn mal ich würde sagen ja er hat gezeigt wie mächtig er ist dass er dich töten kann und gleichzeitig wieder auf die Beine stellen kann ähm bist du dich wirklich mit so einer Machtdemontation nicht nein nein der kam aus dem nichts ja 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 das war eine ich glaub du hast deine Antwortkarte gekriegt das kostet das kostet ihm eine Bretonne Blatt das kostet ihm eine Bretonne Blatt naja wir können sich nochmal fragen ob er vielleicht eine Bretonne hierher schicken kann ein schwarzer um lasst uns reiten bevor da noch mal kommt der feuerspucker verdammte und dora wir gehen ja was auf dich auf den feuren bleib da wo ist erin wo ist erin wo ist er hin wo ist die britone in mann die wollen mich alle verarschen heute hier verdammte scheiße was nein das ist genau das richtige pferd für mich die richtige größe warum lachst du hör auf zu lachen das war mein pferd ich glaube er spinnt ich muss mich zu einem kentakysadler hier umreiten ich habe diesen riesen bretoni verdient blät nach wie ich hätte ihn ja ja ich habe ich hätte ihn gefangen mann das wirft mich in ein großes emotionales loch jubberne brot blät nach hui verdammte scheiße hör auf zu lachen ja frag mich mal britone wo bist du britone komm her ich habe ihn leider nicht gesehen ich habe da komm her dabei komm her dabei komm her hier nicht sondern genau hier genau hier komm nochmal ich will dich auch sehen ich habe dich nicht gesehen ich will dich auch sehen ich habe dich nicht gesehen bitte bitte brotone bring ihn mir warum lachst du was denn verdammt wenn der wenn der feuermann nochmal kommt dann mache ich so guck hey feuermann komm her blät nach hui und jetzt bringt mir diese scheiß bretoni wieder mann ich möchte diese bretoni ja wichtig haben hier ja genau hier der muss genau genau hundertprozentig wir waren ab und komm her komm her jubberne brot blät nach hui ha ja ihr findet das wohl lustig ha ihr findet das wohl lustig ha wenn man die mit ihm verarschen kann hat strich und vater blät nach hui jubberne brot blät nach hui Verdammte Scheiße. Hast du dafür eine Geschichte? Ein Bretton kam für dich kurz vorbei. Was willst du noch mehr? Ein riesen Bretton. Ja, der war richtig. Hier gibt es keine Bretton und die kommen vorbei. Also ich habe ihn natürlich auch nur im Augenblick gesehen. Der war riesig. Der war so riesig blöd nach heute. Überleg mal, ich reite mit diesem riesen Bretton durch Valentin durch. Die ganzen Zombies, die kriegen Schiess. Die haben schon Pipi in der Hose, Mann. Komm bitte, Bretton. Komm nochmal her, bitte. Bitte. Los, komm nochmal. Hier zu Dimitri. Genau hier zu meinen Füßen. dabei. Der drückt dich ja in die Boten rein, ja? So. Fertig, lustig gemacht über mich. Können wir jetzt gehen? Ja, wir können gehen. Vielleicht kommt ja noch ein riesen Hase, wer weiß. Ihr seid so scheiße. Ich habe schon gewusst, warum ich keine Frau haben will. Genau wegen dieser... Ihr lacht wie Hühner, Mann. Ihr lacht wie Hühner. Du bist gruselig, wenn du lachst. Ich kann nicht mehr. Ja. Okay, komm. Wo ist denn jetzt mein Pferd da? Das kommt. Das wird spannend. Jetzt habe ich gedacht, mein Bretton kommt. Nee. Ah, da ist er. Da, 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 da. Da, 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 da. Reit, reit, schnell. Runt, hinterher. Bleib dran. Uh. Uh. Bleib stehen. Da ist er. Ja, aber der ist da, der redet weg. Was soll ich machen? Ja, hinterher rein. Dann machen wir einen Unfall hier. Oh. Oh, Achtung, 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 Achtung. Ah, Wo ist er? Ich weiß nicht. Stopp, 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 Stopp. hast du jetzt gesehen ja ja ich habe ich habe auch großes ding mein gott nein 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 ja nicht nein nein genug spaß gehabt